Liebe Leute, jetzt heißt es Ärmel hoch, weil wir wollen am 22. Geschichte schreiben. Als Innsbrucker Grüne werden wir stimmenstärkste Fraktion und der Georg wird erster grüner Bürgermeister in einer österreichischen Landeshauptstadt. Was wir vorhaben ist kühn. Ich will erster grüner Bürgermeister in Innsbruck werden, und wir Grüne stimmenstärkste Fraktion im Gemeindeamt. Packen wir es an, laufen wir, es wird gelingen.